Vielen Dank, guten Morgen. Das soll auf Deutsch sein, hat es geheißen. Ich bin Österreicher, das heißt, das wird nicht Deutsch sein, sondern etwas Ähnliches. Das Pfeifen war jetzt unfreundlich. Also wir Österreicher bemühen uns ja, Deutsch zu reden, aber es gelingt nicht immer. Ich habe mir mit der strengen Moderatorin 45 Minuten ausgehandelt und halte eisern daran fest und sie fangen jetzt an. Das Thema ist die Kraft der Verwundbarkeit. Ich bin sehr organisiert, das ist das Deutsche in mir, eine Vorbemerkung und vier Punkte und eine Schlussbemerkung. Und diese vier Punkte werden sein, falls Sie das mitschreiben wollen, weil ich keine PowerPoint-Folien habe. Die Wunde des Wissens, die zweite Integrität, Sprachen der Liebe lernen und Menschlichkeit. Wunde des Wissens, zweite Integrität, Sprachen der Liebe lernen und Menschlichkeit. Meine Vorbemerkung ist folgende. Sie alle kennen Asterix und Sie alle kennen den Band Asterix und die Normannen. Ja, wenn nicht, schade. Die Normannen sind ein mutiges Volk, das keine Angst kennt. Und in diesem Band Asterix und die Normannen wollen die Normannen die Angst kennenlernen, weil sie glauben, dass die Angst Flügel verleiht. Hier ist eine tiefe Einsicht und ein tiefer Fehler auf Seiten der Normannen zu bemerken. Die tiefe Einsicht lautet, wer sich unverwundbar wähnt, dem geht etwas ab, dem fehlt etwas. Der hat eine Gabe nicht, die andere, die um ihre Verwundbarkeit wissen, haben. Der Fehler ist zu glauben, dass Angst Flügel verleiht und etwas Wünschenswertes ist. Natürlich verleiht Angst in dem Sinne Flügel, dass du davonläufst, aber nicht im Sinne, dass du mehr Lebenskraft bekommst. Und das, worüber ich mit Ihnen nachdenken möchte, ist die Idee, Verwundbarkeit ist eine Gabe, die dann zur Würde des Menschen beiträgt, wenn sie nicht von der Angst niedergeschlagen wird. Meine erste Bemerkung, die Wunde des Wissens. Es gibt ein sehr berührendes Buch des österreichischen Schriftstellers Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil. In diesem Buch beschreibt Arno Geiger in einer sehr behutsamen Sprache seinen dementkranken Vater. Sein Vater ist an Demenz erkrankt und Arno Geiger beschreibt sehr behutsam und vorsichtig seinen Vater und seine Beziehung zu seinem Vater. Und er beschreibt, wie sein Vater sich mehr und mehr verloren fühlt in dieser Welt. Und er beschreibt, wie sein Vater selbst sagt, ich kenne mich nicht mehr aus. Und er beschreibt, wie sein Vater mehr und mehr verwirrt wird und mehr und mehr angewiesen ist auf Hilfe und Unterstützung. Und ich habe dieses Buch gelesen, wie viele andere auch, und mir Folgendes gedacht. Wenn ich jetzt schon weiß, dass ich dereinst einem letzten Lebensabschnitt entgegengehe, der so aussieht. Du bist dement, du bist angewiesen, du fühlst dich nicht mehr zu Hause, du weißt so viel über deine Verwundbarkeit, dass du schon gar nicht mehr weißt, wo du eigentlich noch funktionierst. Wenn ich das jetzt schon weiß, wie würde ich mein Leben jetzt leben? Wenn ich jetzt weiß, und ich nenne das Wunde des Wissens, dass ich dereinst in diesem Zustand sein werde, was würde das für mich jetzt bedeuten? Und wie Herr Bischof vorher angedeutet hat, das sind nicht nur Worte, das macht etwas mit dir, wenn du dieses Wissen einsickern lässt. The Wound of Knowledge, Wunde des Wissens, war das erste Buch des jüngst zurückgetretenen Erzbischofs von Canterbury, Rowan Williams. Das ist ein Wissen, das dir eine Wunde schlägt, und dieses Wissen lässt dich Zeit deines Lebens als verwundeter Mensch durchs Leben gehen. Diese Verwundbarkeit hat zumindest vier Dimensionen. Ich bin Philosoph und habe das gerne, Unterscheidungen. Nicht alle haben das gerne, es ist ein bisschen langweilig auch, aber vier darf ich Ihnen zumuten. Verwundbarkeit heißt erstens, die Fähigkeit verletzt zu werden, oder auf Neudeutsch, the capacity to be wounded, die Fähigkeit verletzt zu werden, zu wissen, wie Monika auch schon gesagt hat, dass man dir wehtun kann. Erstens. Zweitens heißt Verwundbarkeit auch, dass die Welt kontingent ist. Kontingent heißt für uns Philosophen, es ist möglich, aber nicht notwendig. Es könnte auch anders sein. Wir haben hier einen schönen Vortragssaal, das ist kontingent. Es könnte auch anders sein. Wir haben wunderbare Übersetzer und Übersetzerinnen, es ist kontingent, dass sie hier sind, dass das Flugzeug gestartet ist. Es könnte auch anders sein. Das ist die zweite Dimension von Verwundbarkeit, wenn Sie so wollen, die Verwundbarkeit der Welt. Kontingenz. Die dritte Dimension der Verwundbarkeit geht beim Menschen tiefer. Es ist nicht nur die Einsicht, dass ich verletzt werden kann, es ist die Einsicht in die Fragilität meines Daseins überhaupt. Mein Leben kann sich von einem Augenblick auf den anderen radikal verändern. Durch eine Krankheitsdiagnose, durch einen Unfall, durch den Verlust eines Angehörigen, durch den Entschluss des Ehepartners, dich übrigens, ich verlasse dich jetzt. Das ist ein Wissen, das tiefer geht, als ich kann mich in den Finger schneiden. Es ist die Einsicht, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen werden kann. Einsicht in die Zerbrechlichkeit unseres menschlichen Daseins. Das gilt für alle. Und viertens, eine Dimension der Verwundbarkeit heißt auch, ich bin fehlbar. Ich mache Fehler. Ich lade Schuld auf mich. Ich mache etwas, was mich später bereuen lässt, dass ich es gemacht habe. Und wenn man sich Arno Geigers Buch ansieht und über die Wunde des Wissens nachdenkt, dann wird man diese vier Dimensionen auch sehr schön erkennen können. Verwundbarkeit als Fähigkeit, verletzt zu werden. Verwundbarkeit im Sinne der Kontingenz der Welt. Verwundbarkeit drittens als Einsicht in die Fragilität unseres menschlichen Daseins. Und viertens, Verwundbarkeit als Fehlbarkeit, als Möglichkeit, Dinge wirklich falsch zu machen. Simone Weil, die berühmte französische Philosophin, die 1943 im Alter von 34 Jahren an Erschöpfung gestorben ist, hat das Leiden als einen besonderen Weg zur Wahrheit beschrieben. Sie hat nicht gesagt, dass Leiden so toll ist. Sie hat nicht gesagt, dass Menschen, denen es gut geht, alles daran setzen sollten, mehr Leiden in ihr Leben zu bringen. Aber sie hat gesagt, dass Leiden der Wahrheiten über die Welt vermittelt, wie es kein anderer Weg sonst vermag. Und sie hat berühmterweise gesagt, das Buch Hiob. Kennen Sie das Buch Hiob noch? Ich verkehre manchmal in Kreisen, wo die religiösen Restbestände schon sehr diffus geworden sind. Also das Buch Hiob, das kann man immer noch unter Allgemeinbildung abheften. So schämen Sie sich, wenn Sie das nicht kennen. Aber es ist auch eine Form der Verwundbarkeit und keine anderen Umzüge. Also Simon Weil hat gesagt, das Buch Hiob wurde unter großen Schmerzen geschrieben und muss auch unter großen Schmerzen gelesen werden. Du verstehst das Buch Hiob nicht, wenn du nicht selbst leidest. Sonst siehst du es als nettes akademisches Buch, das ist nie wahr. Leiden als besonderer Weg, als besonderer Weg zu dieser Wahrheit. Und jetzt gibt es Tendenzen oder Menschen oder Dynamiken, die den Zugang zur eigenen Verwundbarkeit verschütten. Ist hier ein Arzt unter uns oder eine Ärztin? Falls ich hinunterfalle, meine ich. Dann kann ich sie nämlich nicht mehr anrufen. Wissen Sie, was ich meine? Ich gebe zwei Stichwörter für Dynamiken, die der Einsicht in die eigene Verwundbarkeit entgegenstehen. Erstes Stichwort Assholes. Zweites Stichwort Self-Deception, Selbsttäuschung. Erstes Stichwort Assholes. Ich kann das nicht auf Deutsch übersetzen. Aaron James, ein kalifornischer Philosoph, wo sonst würde ein Philosoph sitzen, der darüber nachdenkt, hat ein Buch geschrieben mit diesem Titel Assholes as Theory. Und in diesem Buch hat sich Aaron James, ein ernstzunehmender Philosoph, überlegt, was ist denn ein Asshole im Unterschied zu einem Psychopathen oder einem mühsamen Menschen. Und hat eine Theorie entwickelt. Eine Arbeitsdefinition lautet übrigens, An Asshole is a person who could tempt the Pope into a fight. Ein Arschloch ist ein Mensch, der den Papst in einen Streit verwickeln könnte. Philosophisch gesehen gibt er drei Bedingungen an. Ein Asshole ist eine Person, die erstens tief eingewurzelte Ansprüche oder einen tief eingewurzelten Sinn für exzessive Ansprüche hat. Tief eingewurzelter Sinn für exzessive Ansprüche. Zweitens, der immun gegenüber Kritik ist und der drittens andere nicht als moralisch ebenbürtig betrachtet. Also, ein Asshole is a person, die erstens einen tief eingewurzelten Sinn exzessive Ansprüche hat, die glaubt, mir steht viel mehr zu als den anderen. Die zweitens immun gegen Kritik ist. Kennen Sie Menschen oder Situationen, wo sie sprachlos sind, weil sie nicht im Supermarkt wartest lange, da kommt jemand und sagt, ich habe nur wenig, ich gehe mal schnell vor. Und du weißt nicht, was du sagen sollst. Und drittens, diese Person betrachtet andere nicht als moralisch ebenbürtige. Die Lieblingsbeispiele von Aaron James sind Warteschlangen schneiden. Kennen Sie das? Wenn sie auf der Autobahn fahren, die zwei Spuren hat und eine Spur endet, mit Baustellen bedingt, gibt es Menschen, die auf der endenden Spur bis zum Schluss fahren und dann hineinschneiden. Das sind Assholes. Und wenn ein Mensch diese Persönlichkeitsstruktur hat, dann steht die Einsicht in die eigene Verwundbarkeit nicht besonders hoch oben im kognitiven Korsett dieser Person. Das ist also eines. Wunde des Wissens ist den Assholes dieser Welt nicht so ohne weiteres geschenkt. Das zweite Stichwort Self-Deception, Selbsttäuschung. In der Führungsethik-Literatur ist das ein Modebegriff geworden, Selbsttäuschung. Menschen, die in einer Blase der Selbsttäuschung gefangen sind. Blase der Selbsttäuschung heißt, du hast die Bodenhaftung verloren und die anderen sagen dir nicht mehr, dass du ein kleiner, hässlicher Zwerg bist. Weil du in der Hierarchie vielleicht zu weit hoch gestiegen bist. Je höher man in der Hierarchie aufsteigt und je strikter die Hierarchie vertikal organisiert ist, desto größer die Gefahr der Selbsttäuschung. Zweites Beispiel, 11. Mai 1996 auf dem Mount Everest, eine der größten Unglücksnächte bei der Besteigung des Mount Everest. Scott Fisher und Rob Hall, ein amerikanischer und neuseeländischer Bergführer, berühmte Bergführer der damaligen Zeit, haben Expeditionen auf den Mount Everest geführt und ihren Expeditionen jeweils eingeflößt. Um 14 Uhr musst du umkehren, egal wie nahe du beim Gipfel bist. Wenn man den Mount Everest besteigen möchte, gehst du zum Basecamp 4. Das verlässt du um 23 Uhr, 23.30 Uhr spätestens Mitternacht. Dann hast du 14 Stunden, um zum Gipfel zu kommen und dann musst du umkehren, weil es sonst zu gefährlich wird. Das haben sie ihnen eingebläut. Egal wo du bist, um 14 Uhr musst du umkehren. Und Rob Hall und Scott Fisher waren beide erst um 16.30 Uhr auf dem Gipfel und sind ums Leben gekommen mit einigen Expeditionsteilnehmern. Warum? Ein Grund ist Selbsttäuschung, da beide die Einstellung hatten, wenn es irgendwer schafft, um 16.30 Uhr auf dem Gipfel zu sein und heil zurückzukommen, dann bin ich es. Selbsttäuschung. Und was sehr gut ist gegen Selbsttäuschung, sind pubertierende Kinder, kritische Ehepartner oder Ehepartnerinnen oder Fehler, die man macht und die andere auch gut sehen. Das ist also mein erster Punkt, Wunde des Wissens. Wunde des Wissens heißt, du weißt um deine Verwundbarkeit im vierfachen Sinn die Fähigkeit verletzt zu werden, die Kontingenz der Welt, die Fragilität unseres Daseins und unsere Fehlbarkeit. Und das ist das beste Heilmittel gegen den Asshole-Faktor und die Selbsttäuschung. Zweiter Punkt, zweite Integrität. Zweite Integrität. Claude Lanzmann, der berühmte französische Filmemacher, hat einmal gesagt, ich habe ein ernsthaftes Leben geführt. Einen Film wie Shoah zu drehen war ein Abenteuer, von dem ich nicht wusste, wohin es mich führen wird. Ich habe ein ernsthaftes Leben geführt. André Noquet, ein berühmter französischer Chudoka, der in den 1950er Jahren drei Jahre in Japan bei einem Meister gelebt hat, Gesundheit, drei Jahre bei einem Meister gelebt hat, hat eine Biografie bekommen, in der sich der Satz findet, er lebte in Japan ein ernsthaftes Leben zu Füßen des Meisters. Ein ernsthaftes Leben. Was ist ein ernsthaftes Leben? Ein ernsthaftes Leben, so könnte man meinen, steht unter dem höchsten moralischen Gut der Redlichkeit, der Integrität. Es gibt Philosophen wie Bernard Williams, Harry Frankfurt oder Cheshire Caloon, die Integrity, Integrität, als wichtigstes moralisches Ziel ansehen. Jetzt könnten wir uns fragen, was ist Integrität? Auf den ersten Blick fünf Dinge. Sie stöhnen, gell? Es ist 10.12 Uhr, also ein bisschen müssen Sie noch ausharren. Integrität, zumindest fünf Dinge. Erstens, Integrität ist die Aufrichtigkeit, eine Position zu haben. Integrität hat mit Aufrichtigkeit zu tun und diese Aufrichtigkeit heißt, du hast eine Position. Zweitens, Integrität hat mit Ernsthaftigkeit zu tun und dem Bemühen, der Anstrengung. Redliche Menschen strengen sich an, sie bemühen sich. Drittens, Integrität hat damit zu tun, dass du das, was dich ausmacht, gut integrieren kannst. Du kannst deine Charakterzüge gut integrieren. Viertens, Integrität hat damit zu tun, dass du deine Verantwortung gegenüber anderen wahrnehmen kannst. Wir könnten das Responsivität nennen, müssen das aber auch nicht so nennen. Und fünftens, Integritas im Lateinischen heißt auch Unversehrtheit. Integrität in diesem ersten Sinne heißt also Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit, Integration dessen, was mich ausmacht, Responsivität und Unversehrtheit. Und dieser letzte Punkt, Unversehrtheit, ist etwas, was mit Verwundbarkeit nicht zusammengeht. Kardinal Newman hat einmal gesagt, mit Blick auf junge Menschen, sie sind so faltenlos, so makellos, so perfekt. In 20, 30, 40 Jahren werden sie nicht mehr so perfekt, so makellos sein, dann haben sie viel erlitten, erfahren und auch selbst falsch gemacht. Und dann ist diese Unversehrtheit nicht mehr vorhanden. Und das ist der Schritt von der ersten Integrität zur zweiten Integrität. Der Schritt von einer Redlichkeit, die die Unversehrtheit eingebüßt hat. Eine berühmte mythische Stelle, wenn Sie das Buch Hiob kennen, werden Sie auch das kennen, findet sich im Buch Genesis im Kapitel 32. Das ist die Stelle, wo Jakob mit dem Engel ringt. Berühmte Stelle, Jakob ringt mit einem unbekannten Engel oder Gott sogar, eine ganze Nacht, wird dabei verletzt an der Hüfte und hinkt seitdem. Er bekommt einen neuen Namen, den Namen Israel. Er wird von dem Unbekannten gesegnet, weil er ihm das abverlangt, erfährt aber nicht, wie der Unbekannte heißt. Und wenn Sie einmal Zeit haben, diese Stelle genau anzusehen, da steht so viel drinnen über Verwundbarkeit. Jakob ringt und wird verwundet und hinkt. Zeit lebens wird da hinkend durch das Leben gehen. Das macht ihn nicht schneller, das gibt ihm keine Flügel, das macht ihn langsamer. Er weiß sich aber gesegnet von dem, was ihm diese Wunde zugefügt hat. Er hat durch diesen Kampf, der ihm die Wunde gebracht hat, einen neuen Namen bekommen, eine neue Identität. Und die ganze Nacht kämpfen ist symbolisch für ein ganzes Leben lang eine Identitätswandlung durchmachen. Und er erfährt nicht, wer dieser Unbekannte war. Das sagt sehr viel über Verwundbarkeit aus und den Weg von der ersten Integrität zu dem, was ich zweite Integrität nennen möchte. Integrität eingedenk deiner Wunden. Da hast du alle vier Merkmale, die ich vorher genannt habe, noch dabei, nicht aber die Unversehrtheit. Erinnern Sie sich noch an die vier Merkmale? Nein, ja, nein. Redlichkeit, habe ich gesagt, heißt Aufrichtigkeit. Und Aufrichtigkeit heißt, nach deinen Wunden, deine Wunden auch ehrlich zuzugeben, einzugestehen. Redlichkeit heißt zweitens, Ernsthaftigkeit bemühen. Und wenn du weißt, dass du verwundet bist, wirst du dich mehr bemühen müssen. Das kennen wir alle aus der Schule. Die, denen das Schicksal nicht geniale Gaben in den Schoß gelegt hat, die müssen sich mehr anstrengen, um die Leistung zu bringen. Ernsthaftigkeit. Drittens habe ich gesagt, Redlichkeit heißt Integration dessen, was dich ausmacht. Auch die Wunden, auch die Narben. Es ist viel leichter, Ja zu dem zu sagen, was dich sympathisch erscheinen lässt. Es ist schwerer, Ja zum Schatten zu sagen. Und viertens erinnert sich Responsivität. Redlichkeit heißt auch, die Verantwortung gegenüber anderen wahrzunehmen. Eingedenk deiner Wunden, als Wounded Healer, wie man seit Henry Nowen manchmal sagt. Und das nenne ich zweite Integrität. Und diese zweite Integrität verlangt von uns einige Grundhaltungen. Die Haltung des Verzeihens. Menschen, die um ihre eigene Verwundbarkeit wissen, sind fähig und bereit zu verzeihen. Wenn ich glaube, perfekt zu sein, werde ich mit den Imperfektionen anderer gar nicht gut umgehen können. Zweitens Vertrauen. Wenn ich weiß, dass ich verwundbar und verwundet bin und auf andere angewiesen bin, muss ich vertrauen. Vertrauen ist immer ein Risiko. Wir Philosophen definieren Vertrauen manchmal als, du gibst etwas Wertvolles an jemand anderen, der dieses Wertvolle beschädigen oder zerstören kann und du hast keine Garantie dafür, dass das nicht passiert. Wir haben zum Beispiel Kinder. Drei, glaube ich. Drei Kinder. Und ab und zu versuchen wir, meine Frau und ich, diese Kinder unserer Partnerschaft fernzuhalten und engagieren behufs dieses Zweckes einen Babysitter. Jetzt übergeben wir diese Kinder dem Babysitter. Die Kinder sind für uns wertvoll. Wir sind altmodisch. Und dieser Babysitter kann die Kinder mehr oder weniger beschädigt zurückgeben. Und du weißt nicht, du hast keine Garantie, dass das nicht passieren könnte. Da musst du vertrauen. Da musst du vertrauen. Und einzig der eigene Wunden und Verwundbarkeit, zweite Integrität heißt, du musst vertrauen. Und vielleicht noch ein drittes, du musst auch bereit sein, dich formen zu lassen. Zweite Integrität heißt, verzeihen, vertrauen und sich verändern. Berühmtes Beispiel aus Südafrika, Ellen Pettern hat einen großartigen Roman mit einem blöden Titel geschrieben. Großartiger Roman. Der Titel lautet A-But your land is wonderful. Ist blöd, finde ich. Einen Beistrich im Titel und A-Beistrich. In diesem Roman geht es um einen schwarzen Südafrikaner, der sich im Kampf gegen das Apartheid-Regime engagiert. Und seine Familie sagt zu ihm, wir wollen das nicht, dass du dich engagierst. das ist gefährlich. Und dieser schwarze Widerstandskämpfer antwortet seiner Familie, ich muss mich in diesem Kampf engagieren, because otherwise I couldn't face the big question, weil ich sonst der großen Frage nicht ins Auge schauen könnte. Dann sagen sie zu ihm, was meinst du mit der großen Frage? Und er sagt, wenn ich sterbe, dann komme ich zum Big Boss. und der Big Boss wird mich fragen und das ist die große Frage, where are your wounds? Wo sind deine Wunden? Und wenn ich sage, was meinst du mit Wunden, wird der Big Boss sagen, wasn't there anything worthwhile fighting for? Gab es denn nichts, wofür es sich gelohnt hätte, zu kämpfen? Und das sind Wunden, die sich aus der Redlichkeit eines Menschen ergeben, der weiß, wofür es wert ist, sich mit starker Sorge einzusetzen. Das ist mein zweiter Punkt, zweite Integrität. Das heißt, das ist eine Redlichkeit, die den Weg von der unversehrten Integrität zur versehrten Integrität zurückgelegt hat. Denken Sie an Genesis 32, Jakob ringt mit dem Engel, wo du Vertrauen, Verzeihen und Veränderungen zulassen musst. Drittens, wo stehen wir? 10 Uhr 22. Ich habe noch bis 37. Ich habe auf die Uhr geschaut. Ich habe noch bis 37 Zeit. Wunde des Wissens hat geheißen, du bist verwundet vom Wissen, dass du jetzt vielleicht nicht so sehr angewiesen bist. Wir sind immer mehr angewiesen, als wir glauben, aber der einst, und das kann schneller gehen, als du lieb bist, in Verwirrung, angewiesen sein und Heimatlosigkeit leben wirst müssen. Und das bringt Demut mit sich, bringt eine vierfache Kenntnis der Verwundbarkeit mit sich und lässt dich den Arschlochfaktor und die Selbsttäuschung ein bisschen zurückfahren. Zweitens, zweite Integrität, Redlichkeit im vierfachen Sinne, ohne diese Unversehrtheitskomponente. Drittens, Sprachen der Liebe lernen. Wenn ich weiß, dass ich verwundbar bin, werde ich der Verwundbarkeit anderer Menschen mit mehr Milde begegnen. Werde ich mich bemühen, vielsprachig in der Liebe zu werden, Polyglott, was das Lieben angeht. Und sie alle, die sie Menschen zuhören und mit Menschen ins Gespräch kommen, wissen, jeder Mensch ist einzigartig. Sie müssen bei jedem Gespräch eine neue Form finden, dieses Gespräch redlich zu führen. Sprachen der Liebe lernen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sheila Barton ist eine englische Theologin, die einen Sohn namens Jonathan hat, der ein autistischer junger Mann ist. Und sie hat, als ihr Sohn Jonathan 27 Jahre alt war, ein Buch geschrieben, Living with Jonathan, über das Leben mit ihrem autistischen Sohn Jonathan. Und sie beschreibt in diesem Buch, ich musste lernen, ihn zu lieben. nicht im Sinne von, ich musste lernen, dieses Kind zu lieben, im Sinne von, dass ich es lieben kann, sondern im Sinne von, wie ich dieses Kind liebe. Denn als Jonathan, oder wenn Jonathan einen Anfall bekommen hat und drei Stunden lang mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen ist, durfte die Mutter das Kind nicht berühren, nicht halten, nicht festhalten, nicht mit ihm reden. Das muss man lernen, weil das der erste Impuls von uns wahrscheinlich ist. Sie musste lernen, sich neben Jonathan zu setzen, der mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen hat, nicht zu nahe zu ihm, ruhig sitzen zu bleiben und nach einiger Zeit leise zu singen. Das musste sie lernen. Sie musste lernen, wie sie dieses Kind auf eine ganz besondere Weise lieben kann und sie musste lernen, wie dieser Sohn die Liebe ihr gegenüber auch zum Ausdruck bringen kann. Iris Murdoch hat sehr schön gesagt, einen Menschen zu lieben ist wie das Erlernen einer Fremdsprache. Einen Menschen zu lieben ist wie das Erlernen einer Fremdsprache. Will heißen, du musst geduldig sein. Die Sprache muss dir viel bedeuten, sonst wirst du sie nicht beherrschen. Du musst demütig sein und dich demütig einer von dir unabhängigen Autorität unterwerfen und du musst selbst vergessen sein. Demütig sein will heißen, vielleicht haben sie einmal Latein gelernt, und das Lateinische hat sechs Fälle. Jetzt kann ich nichts sagen, diese sechs Fälle sind mir zu viel, reduzieren wir sie auf vier. So funktioniert das nicht. Du musst demütig anerkennen, so ist die Grammatik im Lateinischen und du musst selbst vergessen sein. Wenn du Russisch lernst, so das Beispiel von Iris Murdoch, darfst du dich nicht bei jedem Wort fragen, was macht das jetzt mit mir? Wie fühle ich mich, wenn ich dieses Wort lerne? So wirst du es nie zur Sprachbeherrschung bringen. Einen Menschen zu lieben ist wie das Erlernen einer Fremdsprache. Geduld, demütige Unterwerfung einer von dir unabhängigen Autorität und Selbstvergessenheit. Und das können Sie sehr schön an diesem Beispiel von Sheila Barton sehen. In ihrem Engagement geht es sehr viel darum, vielsprachig in der Liebe zu werden. Janusz Korsak, der berühmte polnische Kinderarzt und Waisenhausleiter im polnischen Ghetto, also im Warschauer Ghetto, hat ein Buch geschrieben, wie man ein Kind lieben soll. Und er hat sich in diesem Buch sehr viele Gedanken gemacht, wie es ist, verwundbare, verletzliche Geschöpfe zu lieben. Und er hat unter anderem gesagt, man muss mit peinlichen Überraschungen gut umgehen können. Wer mit peinlichen Überraschungen nicht umgehen kann, ist im pädagogischen Bereich nicht gut aufgehoben. Der berühmte Senf an der Türklinke zum Beispiel. Oder wenn dir während des Unterrichts die Hose hinten aufreißt. Sehr unangenehm so etwas. Und es war auch Janusz Korsak, der gesagt hat, das Kind hat ein Recht auf den heutigen Tag. Es hat ein Recht darauf, dass es nicht über die Zukunft definiert wird, sondern als lebendes Wesen heute ernst genommen zu werden. Und als jedes einzelne unverwechselbare Geschöpf sozusagen für jedes einzelne Kind eine neue Sprache der Liebe lernen. Ich möchte Ihnen hier noch ein Beispiel geben für diese Sprachen der Liebe lernen. Emily Pearl Kingsley hat im Jahr 1987 einen berühmten Text geschrieben. Sie ist eine Kanadierin, Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom, Trisomie 21. Und Emily Pearl Kingsley wurde sehr oft gefragt, wie ist es denn, ein Kind mit Down-Syndrom groß zu ziehen? Und sie hat gesagt, ich kann dir keinen schönen akademischen Traktat anbieten, ich kann dir nur ein Gleichnis erzählen. Dieses Gleichnis, das ich auf Englisch erzählen muss für die Übersetzerinnen, schaut so aus, ungefähr. When you are going to have a baby, it's like planning a fabulous vacation trip to Italy. You buy a bunch of guidebooks, you make your wonderful plans, the Coliseum, Michelangelo, the Gondolas of Venice. You may even pick up a few handy phrases in Italian. It is all very exciting. After months of eager anticipation, the day finally arrives. You pack your bags and off you go. Several hours later, the plane lands. The stewardess comes in and says, welcome to Holland. Holland, you say? What do you mean Holland? I signed up for Italy. I'm supposed to be in Italy now. But there's been a change to the flight plan. They have taken you to Holland and there you must stay. Now, the important thing to note is that this is not a horrible disgusting filthy place full of pestilence famine and disease. No, it is just a different place. So, you buy a new guidebook, you learn a whole new language, you meet a whole new group of people you would have never met. it's a different place. It's slower paced than Italy, it's less flashy than Italy, but once you have been there for a while, you catch your breath, you look around and you begin to notice Holland has windmills and Holland has tulips and Holland even has Rembrandts. But everyone you know is busy coming and going from Italy and they are all bragging about the wonderful time they had there and all your life you will say that's what I had planned that's where I was supposed to go and the pain of this will never ever go away because the loss of this dream is a very very significant loss but if you spend your life mourning the fact that you didn't get to Italy you may never be free to enjoy the very special things the very lovely things about Holland how how my Verwundbar and Verletzlich can be my life now how I can my life now then I these four Bedeutungen for Verwundbar Fähigkeit verletzt to werden Contingents the world Fragilität meines Daseins and Fehlbar I can me auch etwas to schulden kommen lassen Asshole Factor and Self Deception stehen dem entgegen Zweitens zweite Integrität von der ersten Integrität über den Verlust der Unversehrtheit in die zweite Integrität denken Sie an Genesis 32 das Ringen Jakobs mit dem Engel Drittens Sprache der Liebe lernen Verwundbare Menschen lieben verwundbare Menschen auf je besondere Weisen das muss je neu eingeübt werden denken Sie an Emily Pearl Kingsley's Text der heißt Welcome to Holland denken Sie an Sheila Bartons Beispiel Living with Jonathan und denken Sie an Iris Murdochs tiefe Einsicht einen Menschen zu lieben ist wie das Lernen einer Fremdsprache wo wir uns auch manchmal fragen was ist da bei den irregulären Verben schiefgelaufen Viertens Menschlichkeit wir könnten vermuten dass ein Lackmustest für die ethische Qualität einer Gesellschaft der Umgang mit verwundbaren Mitgliedern ist Schlussbemerkung The Power of Vulnerability ist etwas was wir jedes Jahr zu Weihnachten feiern wo wir feiern dass Gott in einem winzigen Baby Geschöpf Mensch geworden ist es gibt ein berührendes Buch von Alexander Jonas von einem amerikanischen Psychologen der 1996 ein Buch geschrieben hat Rebecca A Father's Journey From Grief to Gratitude Im Jahr 1992 wurde Rebecca geboren die Tochter von Alexander Jonas Rebecca war eine Frühgeburt und nicht lebensfähig viel zu klein sie ist nach drei Stunden und 44 Minuten in den Armen ihres Vaters verstorben vier Jahre später schreibt Alexander Jonas dieses Buch Rebecca A Father's Journey From Grief to Gratitude von Trauer zur Dankbarkeit und er sagt in diesem Buch vier Jahre später er kann nun dankbar für Rebecca sein sie war viel zu schwach um zu leben ist nicht einmal vier Stunden auf diesem Planeten gewesen aber hat alle Menschen die mit ihr Begegnung hatten die mit ihr Bekanntschaft geschlossen haben die von ihr erfahren haben tief verändert und das ist eine Kraft die aus dem verwundbaren kleinen schwachen nicht lebensfähigen kommt wie es das große mächtige scheinbar unverwundbare und perfekte nicht haben kann vielen Dank schnitzel wie es das ist roh ist wie es Vielen Dank.